Wir legen Ihnen einen Gesetzentwurf zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit vor. Lassen Sie mich ein bisschen einordnen, wozu diese Maßnahme gut sein soll. Wenn wir uns über die Justiz in Deutschland unterhalten, dann wird meistens folgendes Bild gezeichnet. Die Justiz wird von riesigen Klagewellen quasi überflutet. Eine viel zu kleine Zahl an Richtern weiß gar nicht mehr, wie sie mit dieser Flut klarkommt. Deshalb dauert alles lange, und es sei alles zäh. Die empirische Wirklichkeit ist eine andere. Seit etwa 20 Jahren sind die Eingangszahlen in der Zivilgerichtsbarkeit rückläufig, um bis zu 40 Prozent. Das heißt nicht, dass es an einzelnen Gerichtsstandorten, insbesondere dort, wo es zu Sammelklagen kommt, erhebliche Belastungen gibt. Aber die Zahl der Fälle in der ersten Instanz ist stark rückläufig. Wenn man das untersucht und das haben wir getan im Bundesministerium der Justiz, warum immer weniger Menschen, gerade bei kleinen Zahlungsforderungen, auf die staatliche Justiz zugehen, dann ist die Rückmeldung ganz häufig, es dauert zu lange, es ist zu teuer, es ist zu undigital, alles zu kompliziert, sagen nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Anwältinnen und Anwälte. Deshalb ist es, glaube ich, richtig, dass wir uns die Frage stellen, wie können wir die Justiz effektiver aufstellen, damit wieder mehr Bürgerinnen und Bürger sagen, jawohl, das ist meine erste Anlaufstelle, auch um kleine Zahlungsforderungen durchzusetzen und diese Dinge moderner, schneller und kostengünstiger zu gestalten. Das ist ein Stück weit Effizienzsteigerung der deutschen Justiz, um die es reagiert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie wollen wir das nun möglich machen? Wir wollen an bestimmten Amtsgerichten die Erprobung eines solchen Online-Verfahrens möglich machen. Da soll es insbesondere um Zahlungsforderungen gehen. Ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Früher hat man immer so gedacht, man muss sich irgendwie das perfekte System überlegen. Das entwickelt man dann über viele Jahre. Das zieht man dann über das ganze Land. Wenn es dann in der Praxis ankommt, stellt man fest, dass man in der ganzen Theorie an der Praxis vorbei entwickelt hat. Deshalb ist es, glaube ich, gut, dass jetzt der Gedanke des Reallabors, nämlich einfach mal an bestimmten Gerichten das auszuprobieren und zu schauen, was davon funktioniert und was kann man in der Erprobung lernen, um dann im nächsten Schritt die Sache noch besser zu machen, genau der richtige Weg. Das würde man woanders Agilität nennen. Ich glaube, das ist auch bei der Entwicklung digitaler Tools in der Justiz genau der richtige Weg, meine sehr geehrten Damen und Herren. Diese Maßnahme reiht sich ein in einen Strauß anderer Maßnahmen. Denken Sie beispielsweise an die Digitalisierungsinitiative in der Justiz, wo wir ja auch eine ganze Reihe von zusätzlichen digitalen Tools finanzieren, mit den Bundesländern gemeinsam Techniken entwickeln, um die Arbeit in der Justiz effizienter zu gestalten. Das ist, glaube ich, viel mehr als auch nur Geschwindigkeit aufzunehmen, meine Damen und Herren. Ich muss nämlich noch eine Wahrheit hier sagen, die mir ganz wichtig ist. Manchmal hört man ja, die Antwort auf alle Fragen in der Justiz ist mehr Personal. Das ist aber in Zeiten des Fach- und Arbeitskräftemangels eine Strategie, die nicht aufgehen wird. Schon heute werden die Planstellen, die heute existieren, nur schwer besetzt. In Anbetracht der Pensionierungswelle, die insbesondere in Ostdeutschland demnächst rollt, werden wir schon genug damit zu tun haben, die bisher existierenden Planstellen qualifiziert zu besetzen. Deshalb muss die Antwort lauten, wir dürfen nicht nur über mehr Stellen sprechen, wir müssen über mehr Effizienz und Produktivität auch in der Justiz sprechen. Da sind Digitalisierungsmaßnahmen ein wichtiger Beitrag. Um genau eine solche Maßnahme handelt es sich hier. Deshalb bitte ich um wohlwollende Aufnahme im Parlament. Herzlichen Dank.